Ja, Eierofen haben wir oben, dann können wir vielleicht doch anfangen, bei irgendwie was zu purzeln hier Na klar, das ist aber schon oben Erstmal nur mit einer Residenz hier ausbauen Mike, fang mal hier an, sonst und Iron hier Immer gut, ja Einen erstmal Nur nicht vergessen wieder rauszunehmen Ja Und jetzt purzeln, mach dich hin PURZEL Dieser purzler Der ist ja schon ein Throm bei mir Weg Der klatscht auch gleich Verschwinde Such mich Naja, du, wir brauchen jetzt eigentlich, ähm Ich hätte einen dekorativen Raumtrenner Einen dekorativen Raumtrenner, sowas brauche ich nicht Wird schön genug Schon die ganze Wolle verbraucht, wa? Welke? Ne, wir haben noch 60 unten Na unten Na unten Über 60, aber brauchen wir auch für die andere Hütte Toll Die weiße Wolle Hab keine weiße Wolle verwendet hier Ja Ja Mach mal nebenbei das Verbote Schließe ich mich an Okay, dann los Okay, dann los Ne, nicht dabei Haha, falls man das überhaupt gehört hat Na hier Du hast mir fast ins Auge gepiekt Na komm mal her Na komm mal her Was sag ich dann nur Was? Wat? Wat? Watte! Wolle! Sch... Wolle hätte ich gerne Tonnenweise Wolle! Ja Hätte keinen roten Teppich Aber wir haben ja nichts Wir haben überhaupt gar nichts Sehr großer Ich würde sagen Hm X-Hacks Schnell die Mogul-Power-Mords benutzt Nein So, machen wir nicht Ne, Schieder Ist ja keine Schieder Nein Du Was ist denn hier los? Sag es mir nicht Ich kann die das nicht benutzen Wat sieht scheiß aus? Ach du Das ist ein Traum, oder? Das du die ganze Wolle für dich veranspruchst, wa? Wir haben keine mehr Naja, toll Und ich hab hier Ich geh rein und sehe nichts Bett Wow Ich fühle mich wie im Knast Warte, ey guck mal Guck mal rinnen hier Ist doch schön, wa? Ich seh da nicht mal im Bett, wo ist denn der Warte hier, pass auf Ich schmeiß den mal hier hin Ah, geil, wa? Das ist doch mal ne Butze hier Das ist doch geil Alter, pass auf Ich kann mich einfach rinschmeißen Uh, siehst du denn da? Wie kein Eger Und ich bin wieder Ich wollte dich kraulen gerade im Bett Aber die nicht Du, sag mal Ich kraul dir, wa? Du mit deinem Busch in deiner Hand Jetzt hab ich die Fackel weggehauen Das wollte ich gerade wieder fluchen Fackel, man Das sieht echt schon ganz schick aus Oh, der Mond schön über dem Fenster Er geht unter Wieso hast du die Sonnenaufgangsseite überhaupt? Du wolltest den Sonnenaufgang sehen Der Mondaufgang Da fängt ein Wald Wenn da ein Baumhaus drin ist, fetzt das auch Und da Dungeon Wenn du mit ihm würdest Du mit ihm würdest Versuch Däun? Däun? Du mit ihm würdest Mit ihm würdest Wieso Du mit ihm würdest Wieso Du mit ihm würdest At Seid ihr jetzt richtig, was ich da erholt hab? Ja. Hm. Ähm. Warte, jetzt muss ich mal Kodak probieren. Oh, schaut. Scheiße, keine Wolle mehr. Ist er uns hier oben noch? Ja. Beauty. Warte mal. Aber nicht gucken. Ich rette in die Ecke und schäme mich. Krrrr. Verhandelt vielen Krrrr gerade. Mir gefällt dieses Krrrr. Merk schon. Du solltest dir Gedanken machen. Äh, jetzt. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Das, 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 das. Da. Das war ich nicht. Wohl, ich hab ein Holzball. Ich hab mal ein bisschen Eisenrohr genommen, oder? Jaja. Mach das, mach das. Ähm. So. Äh. Äh. Sag mal du, du hast noch mein Brot noch. War? Ja, hab ich. Nee, liegt in der Natur irgendwo. Hast du in der Kiste dann gepackt? Ich hab's schon gesehen. Knabbert jemand an meinem Brotbalken? Pfui. Was? Pfui. Ja, ich weiß noch, ob jemand an deinem Brotbalken knabbert. Ah. So, wir können ja wieder die alte Wässer drin packen, dann könnte man sagen, das haben wir die an meiner Fleischstange. An was? An deiner Fleischstange? Noch ekelter war. Ist nichts besser, nee. Na, siehste. Also, weil es so ein Brotbalken ist. Na, ja. Ich hab' da fehlter eins. Na, komm, was soll denn? Toll, jetzt komme ich hier nicht ran. Jetzt. Zack, zack, zack. So. Wie hast du denn so schlecht ausgeleuchtet hier? Geh wird doch nicht. Wie viel hink... Ach, komm, Plastili. Die. Hm. Die sind noch so schön als... Ach, da fällt mir noch rein. Einmal das könnte man... Hier ist eigentlich schon ein Süderplatz. Was? Äh... Wapp, 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 wapp. Wir sind hier oben? Mach ich gehen. Das weiß ich nicht. Geh wir Sand holen. Ich will mal was probieren. Verdammt. Wie weit hinten. Wer am Glas aussitzt, sollte sich nicht ausziehen. Was? Das stimmt. Frizerosa V. Das seht's doch. Schönes Ding. Schönes Ding. Schönes Ding. Sons. dann noch das mhm wo klatschig das zache wir nutzen viel ich fand sie sind blöde sonst anders ja andersrum da mal was bisschen eisenhach so guck dir mal meine butze jetzt an ist das ein traum mit bar und bett am fenster ich habe gerade gesehen was da bei dir bilder nach haben wir noch auf einer pier da nee aber ich habe noch ein bild über nein da fällt mir was ein warte warte das für ein großes wieso sind die so schlecht beleuchtet ey gib es doch nicht hier sieht man ja an der stoff immer noch nicht kann es dann wohl doch nicht so ein großes sein zu klein zu klein zu klein zu klein zu klein zu groß zu groß zu groß haben wir schon wo ist denn hier ja sehr gut das ist ja heimisch 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 hm könnte man noch machen ich glaube das war eigentlich was man hier machen kann ja eh ne sache werde ich jetzt noch machen so haben wir eigentlich nur mal fünf zintensäcke fünf was tüten säcke x-säcke x-säck noch mal klatsch das geht ja gar nicht geht ja gar nicht ein bisschen doof und wie war denn dieses 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 oh die waren ja blöde schalter wie ist du dort noch das ist ein bottom äh Knopf woher Knopf ist in Ordnung Knopp Jim Knopp Renn wir hätten uns alle Namen geben sollen warum weiß ich nicht du heißt Lampe mit SCH vorne dran und ich heißt Faust würdest du mal zu mir sagen lauf Faust lauf und ich würde sagen lauf Lampe lauf mit SCH vorne dran lauf Lampe mit SCH vorne dran ja weißt du nicht ach man ey cool aus würdest du mir bei der Witze lachen ne kann nicht kein Humor nein ist die denn offen was ist denn da los sooo ähm ah mein blödes 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 Ding ans Kabel hier von Headset und so lastet jans hallo sag mal wat wat ich denke mal ja muti ich werde hoch und dann nehmen wir um eine kleine Kiste geiler zu polisen ähm 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 na komm mal bei mir rein in der Butze ne lass mal ja versuch's doch mal t Lynn bei bei wow mal bei mir